Das heißt, Sie sind gegen politisch korrekte Sprache? Das ist vielleicht ein bisschen zu hart. Ich gendere manchmal, ich sage gerne grüne KriegsverbrecherInnen, weil da passt es auch gut. Da will ich auch niemand auslassen. Ja, aber das machen Sie ja auch aus so... Von den vielen Geschlechtern, die es so gibt. Aber ich sage auch gerne Künstler und NichtkünstlerInnen. Ich sage auch manchmal nur KünstlerInnen. Also das mache ich gerade so, wie ich möchte. In dem Moment, wo der klebrige Arm des Staates nach meiner Seele fasst, reagiere ich trotzdem. Und Sie meinten jetzt nicht in Form von Steuern. Nein, ich meine nicht in Form von Steuern. Ich zahle, glaube ich, einen halben Million letztes Jahr bezahlt Steuern. Okay. Und hier ist die Säge-Fochische Künstlerizewebe.